Die character-driven Geschichten, die mich interessieren, auch die schwarze Komödie, die mich interessiert, aber die character-driven, die psychologische Tiefen, in denen man gehen konnte im Kino, die vielleicht manchmal wehtun, das findet statt in der Serie. Und da wird man huckt und da sind auch ganz, ganz tolle Serien. Für mich ist trotzdem Kino die größte Kunstform und das liebe ich so sehr. Willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich bin Sarah Schill und spreche hier mit Menschen, die mich inspirieren und interessieren. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie sie zu denjenigen geworden sind, die sie heute sind, wo es sie hinzieht und was sie auf ihrem Weg gelernt haben. Es sind Geschichten vom Leben und Überleben, vom Weiterwachsen, wo andere aufhören, vom Hinterfragen, vom Suchen und Finden, vom Stolpern und Wiederaufstehen, von Kunst, Aktivismus, Politik, Psychologie oder Spiritualität. Und allem voran dem Leben selbst. Diesem übervoll schönen und zuweilen schmerzhaften Wunder in all seinen Facetten. Mein heutiger Gast ist die Regisseurin und Autorin Emily Arteff. Die Tochter französisch-iranischer Eltern wurde in Berlin geboren, wo sie nach Jahren in Los Angeles, Frankreich und London heute mit ihrer Familie lebt. Emily ist eine der erfolgreichsten und spannendsten deutschen Filmemacherinnen und arbeitet inzwischen immer mehr auch international. Ihr französischer Spielfilm Plus Que Jamais wurde 2022 auf dem Filmfestival in Cannes gezeigt. Ihr neuer Film Irgendwann werden wir uns alles erzählen feierte auf der diesjährigen Berlinale Premiere. Weil Emily für ihre Arbeit unglaublich viel unterwegs ist, war es nicht leicht, einen Termin zu finden. Unser Gespräch fand am 23. Dezember abends statt. Ein wirklich schöner Moment und Abschluss eines intensiven Jahres, besonders auch für Emily. Wir sprechen über erfüllte Wünsche, aber auch über Enttäuschungen. Emily erzählt von Jahren des Kämpfens und davon, was der Erfolg ihres Romy-Schneider-Films Drei Tage in Quiberon verändert hat. Es geht um Filme, die von der Presse und dem Premierenpublikum gefeiert werden, in der Kinoauswertung aber durchfallen. Emily beschreibt die Unterschiede von deutschem und französischem Filmemachen ebenso wie ihre Vorbilder und ihre Liebe zu dem zauberhaften Werk Kino. Und wir sprechen über den Tod, der in ihrem Leben und in ihrer Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Emily erzählt von ihrer Begegnung mit dem Sterben und davon, was sich durch die intensive Auseinandersetzung damit verändert hat. Es geht um Männer und Frauen im Regieberuf und Emily beschreibt, was es sie immer wieder auch kostet, ihren Traumberuf zu leben und wie sie trotz ihrer häufigen Abwesenheit die Nähe zu ihrer zwölfjährigen Tochter behält. Mich begeistert Emilys Optimismus ebenso wie ihre klare Ausrichtung und Haltung. Am Ende geht es in unserem Gespräch um die jungen Frauen, die in Iran ihre Stimme erheben, um Hoffnung und um Freiheit. The Female Gaze – Der weibliche Blick hieß eine Masterclass, die Emily im Rahmen des Münchner Filmfestes gehalten hat. Was dieser Blick bedeutet und weshalb es wichtig ist, dass Frauen ihren Blick auf die Welt teilen, ist mir nach unserem Gespräch wieder klarer denn je. Ich wünsche euch viel Freude und spannende Erkenntnisse bei den Wachstumsversuchen von und mit Emily Atev. Also Emily, wir sitzen hier, es ist der 23. Dezember bei uns in München abends, bei dir in L.A. morgens, vormittags. Wie war das Jahr so für dich? Wie geht es dir? Das Jahr war ziemlich intensiv und ziemlich fantastisch und auch manchmal enttäuschend. Also viele, viele Gefühle, aber eigentlich ist das fantastisch, dieses Adjektiv Mochmeh, schon ein ganz spezielles, ein ganz tolles Jahr. Ich versuche jetzt wirklich nachzudenken, was im Januar, genau. Vor einem Jahr war ich ja auch bei meinem Vater hier, da treffen wir uns immer mit meinem Bruder, der aus Paris ist, mein Mann, meine Tochter und ich, wir treffen uns immer hier. Weihnachten in L.A. und wie das war und die Hoffnung, die man hat. Wir haben für das erste Mal diese Rauhnächte gemacht und wo man so träumt und so. Das hatte ich noch nie gemacht zuvor. Und was man auch sich wünscht für das neue Jahr. Und jetzt dachte ich gerade, was ich da gewünscht habe und was dann doch passiert ist und so. Insofern, und ganz vieles passiert, was ich mir gewünscht habe. Ja, haben sich viele Wünsche erfüllt. Ja, ja, ja. In der Arbeit, ja, auf jeden Fall. Und persönlich, genau, auch. Aber ich glaube, ich hatte mehr Wünsche für die Arbeit, weil persönlich ist eigentlich familiär und so alles sehr schön war. Aber du hast, oder ja, und du hast unfassbar viel gearbeitet, oder? Sehr viel, sehr, sehr viel. Wirklich, seit 2015 arbeite ich sehr viel. Mache ich so einen Film und ein halb pro Jahr. Aber da war es noch ruhig. Man muss sagen, davor hatte ich vier Jahre, wo ich überhaupt, ich habe natürlich die ganze Zeit geschrieben und gehofft, aber wo es wirklich so eine Durchstrecke war, wo ich überhaupt keine Arbeit bekommen habe. Niemand hat angerufen. Alles war, es war sehr, sehr hart. Und ab 2015 ist was passiert. Und da fing es an, you know, langsam mit so auch Fernsehen, Film, wo ich dann wenigstens, wo wir überleben konnten damit. Und dann immer daneben meine Kinofilme. Und während dieser Zeit habe ich natürlich auch mehr denn je, Plus que jamais geschrieben und auch drei Tage in Quibron. Also ich, aber 2015 fing es wirklich an. Aber eigentlich, glaube ich, seit 2018, seit drei Tagen in Quibron rauskam, hat es nicht aufgehört. Und das Letzte, ein und zwei, dann war ja die Pause von Corona, die auch eigentlich sehr, sehr gut getan hat. Also die erste. Viele Ängste natürlich, weil ich wollte unbedingt, dass mehr denn je ein Pückeljammer rauskam. Weil ich hatte es schon seit 2010, hatte ich die Idee. Und jetzt wieder durch den, ging es nicht, aber zur Ruhe zu kommen, zu Hause zu sein. Das hat gut getan. Und danach, 21, war es einfach der Wahnsinn, weil ich den Kinofilm gemacht habe, während noch diese schwierigen Corona-Zeiten. Das heißt in Frankreich, Luxemburg und Norwegen. Und als der fertig wurde, der Dreh, hatte ich eine, vielleicht zwei Wochen, um mich zu erholen. Und dann bin ich direkt nochmal vier Monate nach England gegangen, um zwei Episoden von Killing Eve zu machen. Dann bin ich zurück nach Berlin. Wir haben eine ganz tolle französische Kötterin gefunden. Und sie kam dann auch nach Berlin, um den Kinofilm zu schneiden. Und das war, genau, das war November, Dezember, Januar, vom letzten, von diesem Jahr noch, vom 22 Februar. Und dann, genau, und dann haben wir gearbeitet und gebetet, dass der Film rauskommt und seine Premiere in Cannes hat. Und im April ist das dann so gewesen, dass wir da die Einladung bekommen haben. Das war eine Phase. Das war nämlich so wichtig, weil es halt mein erster französischer Film war. Und dann ist es besonders toll, wenn er dann dort war. Und war es auch so toll in Cannes? Es war ganz toll. Es war ganz toll. Es ist sehr, sehr speziell auch dieser Film, weil er auch sehr viel Tragödie hatte in sich, weil der Hauptdarsteller, Gasparil, ja leider am Anfang des Jahres, also Januar 22, gestorben ist. Das heißt, dass er nicht an unserer Seite sein konnte. Und auch, dass er einfach in Frankreich ein Riesenstar ist. und alle noch absolut traumatisiert war von seinem schnellen Tod. Der ist ganz plötzlich bei einem Skiunfall, glaube ich, gestorben, oder? Genau, in Januar 22, ja. Da waren wir noch im Schnitt ganz, ganz furchtbar. Und das hat natürlich, das heißt, es war nicht nur, es war auch sehr traurig. Und auch natürlich hatten wir auch Angst, wie das Publikum damit umgeht. Vicky Kripp spielt die Hauptfigur und er spielt ihr Mann. Ganz, ganz toll, ganz toll. Sehr sensibel. Wahnsinnig bescheidener Mann war es. Und er ist ganz toll im Film. Aber wir wussten halt nicht, wie, weil es so frisch war, noch so fünf Monate. In dem Film ist ja auch so, so emotional um den Tod geht. Also das ist ja der Tod quasi die ganze Zeit mit im Raum und dann auch mit diesem Unfall. Ja, ja, ja. Das war nicht einfach, aber es wurde sehr, 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 sehr gut. Die Rezeption war wahnsinnig warm, wahnsinnig gut. Die Premiere war so unendlich schön. Und es ist halt in Cannes, es ist halt eine unglaubliche Feier für das Werk Kino. Natürlich sind die Stars und alles sehr, sehr wichtig, der rote Teppich. Aber es ist halt weniger ein Publikumsfestival wie in der Berlinale. Es ist viel mehr das, die Kinobranche. Und dann wird es rausgebracht. Also das ist es wirklich so wie das Baby wird wahnsinnig gut aufgenommen und gestreichelt und bewundert. Oder auch nicht. Das kann auch sehr brutal sein. Aber es ist nicht einfach so eine billige Brutalität. Es ist sehr, sehr fundiert. Und es ist halt, man sieht, Leute sind einfach nur glücklich, ins Kino zu gehen und über Kino zu reden und über Musikkonzept, über Licht, über... Und das tut extrem gut, wenn man so lange an einem Film gearbeitet hat. Und wie geht es dir mit dem Film selber? Bist du... Ich bin sehr glücklich mit dem Film, ja. Es ist der persönlichste Film, den ich je gemacht habe. Inwiefern? Weil ich habe... Ja, genau. Ich habe die in 2010 bekommen und über dieses Junge... Die junge Frau, die eine Krankheit hat und einen Ort sucht, wo sie loslassen kann. Das weiß sie am Anfang nicht. Und diese große Liebesgeschichte. Aber dieses Thema von, wie man das Ende seiner Zeit hier auf der Erde lebt, hat mich schon immer beschäftigt. Auch als Kind. Und da waren es eher in Bezug zu den Tieren, die mit uns lebten. Das heißt, die Katzen oder ein Hund hier in L.A. auch, der sehr, sehr nah war zu uns, speziell zu meiner Mutter. Und als er älter wurde, ist er einfach einmal abgehauen, nie zurückgekommen. Und das war irgendwas, das sehr, sehr, sehr... Das quasi nie passiert wurde, nie passiert ist. Und sehr, sehr traumatisch irgendwie. Und wo eine Freundin, die Tierärztin war, uns erzählt hat, dass er von seiner Rasse, er war ein belgischer Schifferhund, und von so die Familie der Wolfe war. Und Wolfe, wenn sie fühlen, es ist ihre Zeit, sie gehen, dann verlassen sie ganz ruhig den Ruder und finden sich einen kleinen Ort unter einem Busch oder einem Wald und um ganz mit Würde und Ruhe loszulassen. Und das hat mich sehr gerührt. Schon als Kind? Ja, ja. Und auch in Frieden gemacht, wo ich gesagt habe, er hat es selbst ausgewählt und er ist gegangen, wie er es wollte. und so war es am besten für ihn. Und nicht gesehen, wie man so heult und weint mit seinen ganzen Emotionen. Und das konnte ich verstehen. Und umso älter ich wurde, das hat mich auch beruhigt irgendwie, und umso älter ich wurde, umso mehr merkte ich, dass wir natürlich als Menschen genau das Gleiche erleben. Wir werden sterben. Alle. Das ist das Einzige, das wir wissen. Wir wissen es. Aber dass niemand mit uns darüber redet. Niemals. Wir reden über ganz viele Etappen unseres Lebens. Mutter sein, als Paar, das erste Mal eine Wohnung ziehen, Teenager sein. Alles wird uns bebrochen, wie man sein sollte oder was passieren könnte. Aber natürlich kann man nicht über den Tod berichten. Aber ich rede nicht über den Tod, weil der Film hat nichts. Es geht nicht um den Tod. Niemand stirbt in dem Film. Es geht um diese Zeit, diese letzte Zeit hier. Und dass oft kranke Menschen oder Menschen, die auf dem Weg sind zu sterben, dass man denen nie die Fragen stellt, nie mit denen darüber redet. Also die Fragen stellt, nur als Respekt von was willst du, wie willst du es. Willst du, dass ich dabei bin? Es ist zu hart für dich. Es ist zu hart, dass deine Kinder dabei sind und weinen und sagen, nein, geh nicht. Oder dein Partner. Wir reden nicht darüber. Und oft sind manche, also in meinen ganzen Gesprächen, und das sind ja zehn Jahre, der Prozess. oder auch meine Mutter ist dazwischen gestorben, wo ich sehr, sehr nah war. Das hat auch sehr, sehr viel dann noch berührt. Und ich selbst an diesem Punkt war noch nicht so weit wie Mathieu, der Ehemann am Ende des Films, zu sagen, ich akzeptiere, was du willst. Sie hat es natürlich auch nicht so klar ausgedrückt, aber ich habe auch nicht gefragt. Sondern du hast festgehalten? Festgehalten. Und dann die Leute gehen, wenn die gehen. Dann hat sie gewartet, dass ich wieder nach Berlin gehe. Und als ich angekommen bin, gelandet, ins Bett ging, dann hat sie losgelassen. Und dann musste ich den nächsten Tag wieder dorthin. Und es wäre natürlich viel, viel schöner gewesen, glaube ich. Also sie hat losgelassen, wenn sie es konnte. Und ich glaube, aber es wäre vielleicht schöner gewesen, wenn ich ihr das gefragt hätte und ihr erlaubt hätte, zu antworten, weißt du, wir sind so nah, wir sind, ich glaube, ich möchte jetzt Tschüss sagen und du gehst. Ja. Ja. Das ist aber natürlich groß, ne? Also das ist ja diese, also das ist ja ein riesen Liebesbeweis, aber natürlich auch, wenn man so sehr liebt, einfach auch nicht leicht, ne? Also das ist hart. Das ist sehr hart für beide. Für beide. Aber dann es ist natürlich, wenn man dann ein bisschen weiter weggehen kann, das von ein bisschen in die Distanz sehen kann, wenn es möglich ist, jetzt nicht die große, so in der, nur in den Emotionen zu sein, ein bisschen, dann ist es auch irgendwas, das sehr schön sein kann, eigentlich, zu sagen, bevor ich, nicht dieses falsche, okay, ich gehe jetzt, aber ich bin, ich bin zurück, du wirst es schaffen, und ich habe es auch geglaubt damals, aber dann kann man ja noch das letzte, vielleicht, die letzte Feier des Begegnens noch anders haben, als einfach zu sagen, okay, ich bin, wann auch immer du wirst, bin ich zurück, wir sehen uns einen Monat oder so und dann geht man weg, kommt man an einen anderen Ort der Erde, wacht auf, wird geschüttelt von Ehemann, sagt sie, sie ist weg. Das ist auch brutal, ja. Ja, total, und das ist ja dieses, was du beschrieben hast von den Wölfen auch, diese, bis zum Schluss, die Würde zu behalten, selber entscheiden zu können, wann gehe ich, wie gehe ich, wie möchte ich das, dass das, was ja in Plyco Jamais auch der große Liebesbeweis im Endeffekt ist, zu sagen, ich liebe dich so sehr, dass ich dir dieses Recht lasse, dass ich nicht mein egoistisches Festhalten oder meine Idee für dein Sterben darüber setze, sondern das ist, das ist ein Liebesbeweis, das finde ich so schön. Ja, genau das, es ist der größte Liebesbeweis überhaupt, weil, was ist größer, als sich vollkommen zu vergessen, auch wenn es allen zerbricht, innerlich, und zu sagen, ich lass, ich höre dich, ich akzeptiere, was du sagst, und ich lasse dich los, weil das ist, was du willst. Gibt es nichts Größeres. Es ist das Sacrifice. Kommt das an, also beim Publikum? Ja. Wenn sie so mit dir reden? Sehr. Ich meine, das ist es, warum ich sagte am Anfang, was traurig war. Ich habe so hart, lange gearbeitet. Wir waren, es war eine ganz tolle Arbeit mit den Menschen, die mit mir gearbeitet haben, auch die Schauspieler. und wie gesagt, ich bin sehr glücklich mit den Filmen. Es ist der Persönlichste und ich bin, also alle meine Filme, die ich gemacht habe, ich das Glück, dass ich, da gibt es keinen Film, auch nicht Fernsehen, wo ich denke, oh, also da gibt es immer Momente, wo ich sage, oh, das werde ich vielleicht jetzt anders machen oder, oh, ich freue mich, wenn diese Szene jetzt ein bisschen schnell weitergeht oder so. Ich habe meine Lieblingsmomente. aber ich habe das Glück, dass ich noch nie einen Film gemacht habe, wo ich mir, dass ich nicht mag oder, die sind anders jetzt. Auch die ersten sind natürlich anders. Ich bin gewachsen, ich bin anders, aber, aber dieser Film ist wirklich, sehr, hat sehr viel mit mir zu tun, ja, auch in der Poesie oder die Liebesszene, also sehr, sehr, sehr viel. Und, und es war, und ich habe einfach gemerkt, dass, wenn die Leute den sehen, sich trauen, den zu sehen, die Diskussion, die ich mit dem Publikum hatte, und ich bin sehr viel mitgereicht, speziell in Frankreich, für die Herbstferien habe ich meine Tochter, die zwölf ist, mitgenommen. Sie ist in Berlin eine deutsch-französische Schule, staatliche Schule, mitgenommen nach Frankreich und wir waren in 16 Städten, 16 Vorführungen, 16 Gespräche mit dem Publikum. Und sie am Ende war sie immer eingeschlafen. Das hat sie dann immer das Mikro genommen und hat es dann gegeben. Und es war eine ganz tolle Reise durch ganz Frankreich und die Diskussionen sind einfach, die sind auch filmisch, wie ist das passiert und wie ist das und warum Norwegen und so. Aber es waren sehr, sehr viele, fast immer existenzielle Gespräche von Leuten, die dann selbst erzählt haben oder Paare, die zusammen waren, auch junge Paare, die sagen, ja, ich könnte das nicht, aber warum und so. Es war sehr existenziell und das liebe ich natürlich, weil ich erzähle einen Film auch für eine Geschichte auch und so, aber dieser ist es für mich auch mein, weiterzukommen, meine Suche, aber auch hoffe ich in der Suche von anderen. und darum mache ich es auch, dass man vielleicht irgendwas kriegt davon auch. Aber wo ich meinte, wo ich so enttäuscht und traurig ist das, der sehr, der wurde wahnsinnig toll besprochen von der Presse und die Leute, die drin waren, waren unglaublich bewegt. Ich habe wahnsinnig tolle Reaktionen bekommen und Briefe und E-Mails aber die Leute hatten Angst, reinzugehen, obwohl es eine Liebesgeschichte ist auch, weil die gehört haben, wow, eine junge Frau, die krank ist, Lungenkrankheit und es geht darum, es geht um das Ende des Lebens, um diese Auseinandersetzung, ich habe gehört, es ist gut, aber vielleicht können wir einen anderen Film gucken, vielleicht gucken wir es ein anderes Mal. Selbstfreund und in Frankreich genauso, noch schlimmer wegen Gaspar, wo die sagten, es tut dem Zug. Also ich habe es endlich verstanden, letztens, weil ich werde jetzt auch nächstes Jahr eine, also 23 mache ich eine Serie in Frankreich und ich treffe ganz viel auch Schauspieler und so und einer hat es mir, weil ich habe es nicht verstanden, ich dachte mir, wenn ich einen Schauspieler wirklich mag oder eine Schauspielerin immer verfolgt habe, ihre Filme gesehen habe und ich weiß und auf einmal höre ich, okay, sie ist ganz schnell in Krebs gestorben oder ein Autounfall und sechs Monate später kommt ein Film raus, ich selbst, da habe ich, ich habe extreme Lust, den zu sehen. Ich will sehen, wie sie spielt, weil ich sie als Schauspielerin mag. Aber er hat mir erzählt, dieser eine Schauspieler meinte, aber ich liebe Gaspar so, wir lieben ihn so, ich will nicht wieder diesen Schmerz haben, wenn ich ihn sehe. Tatsächlich? aber die Franzosen, die lieben ihre Schauspieler so, das ist, das kann man nicht mit in Deutschland vergleichen, das habe ich so selten gesehen, also diese Beerdigung und dieser Schock, ich meine, nicht nur, okay, die Politik, natürlich, alle haben darüber geredet, natürlich, und irgendwas gesagt, aber okay, die Politik sagt das, weil die es müssen vielleicht, aber natürlich trotzdem, alle haben darüber geredet, ich weiß nicht, wenn ein Schauspieler jetzt stirbt in Deutschland, ob die ganze, ob der Kanzler und die ganzen Minister und darüber reden werden, und, aber es war, es war ein Schockstarre, für alle, als ob, weil er auch sehr früh angefangen hat, Gaspar, als ob jemand aus der Familie gestorben ist, ganz unglaublich, da ist so eine Liebe zu ihren Schauspielern. Ja, Wahnsinn, und dann kommt wahrscheinlich dazu, dann kommt wahrscheinlich noch dazu, jetzt war Corona, jetzt war Ukraine, jetzt, jetzt sind diese ganzen Sachen und, und die Leute haben, glaube ich, einfach Angst, sich noch mehr mit Schwere auseinanderzusetzen, was ja, das ist es, und die Sache ist, fast alle, die da rauskommen, sagen, ach, der ist ja gar nicht so schwer, da ist so viel Licht drin und diese Natur, man hat ja nur Lust nach Norwegen, ist so stark und es ist ein Film über die Emanzipation des Kranken, des Sterbenden und am Ende gewinnt sie und man sieht sie und man kommt raus und natürlich ist man gerührt, oder hoh, denke ich, aber, aber das ist es und wo ich einfach merke, ich, ich kann Themenfilme auch nicht mehr machen, weil niemand geht rein, you know, es ist traurig und ich bin jetzt hier in Amerika gerade wir haben letzte Woche Avatar gesehen und da war eine halbe Stunde so die Trailers von den Filmen, eine halbe Stunde Trailers von nur Filme für, würde man sagen, vor zehn Jahren für Teenage-Jungs, ganz ehrlich, nur nur Superheroes, nur der neue Indiana Jones, der neue, you know, alles, alles, Superhero, DC, Marvel, da war vielleicht eine Komödie, nicht einen, würde ich mal sagen, erwachsenen Film, nicht einen Film, also dramatisch, vergiss es, ja, ich glaube, es ist tatsächlich, also ich, ich habe sowohl, bin ich an einem Roman am Schreiben, der nicht schwer ist, aber der, der Themen behandelt, als auch an einem Filmprojekt und in beiden Fällen wurde mir gesagt, vor ein paar Jahren hätten wir sofort das optioniert, aber jetzt will sowas keiner mehr sehen, du kriegst es nicht verkauft, was ich jetzt noch nicht glaube, aber ich finde, das ist schon krass, ne, eine Zeit, in der man dann vielleicht auch wieder zu den Superheroes und zu Candy Kino und alles soll sich so gut anfühlen und es gibt so eine Lösung von einem starken Helden, so, dass das das ist, wo gerade die Welt so wieder so ein bisschen hinschaut, weil es vielleicht auch auszuhalten, ne, anstatt zu sagen, so, hey, es tut gerade weh, es ist gerade schwer, ich fühle gerade Angst, so, ich schaue es mir vielleicht auch an, ich fühle das so durch und schaue mir gerade deswegen Filme an, die mich noch tiefer berühren, so, aber das ist wie so eine Gegenreaktion. Ja, und ich meine, die Sache ist, ich finde, also ich zum Beispiel bin eine Optimistin, ne, immer, ich suche immer nach das Licht, ich suche immer nach das Optimistische und wenn da Leute sind in Dunkelheit, ich versuche das immer rauszuholen oder ich habe ja auch Momente, wo ich traurig oder ein bisschen deprimiert bin, aber das dauert immer dann einen Tag oder zwei, auch wenn ganz schlimme Sachen passen, es ist sehr, ich schaffe es nicht lange da drin zu bleiben und die Filme, die ich mache, bis jetzt haben auch existenzielle Themen und schwierige Themen, wie bei der Depression oder bei Romy Schneider, ein harter Moment ihres Lebens und hier auch, aber immer enden sie mit Optimismus, immer, da ist auch, wenn es sehr ein Schimmer von Optimismus ist, auch wenn es jetzt nicht die Rennen durch den Sonnenuntergang Hand in Hand, aber es ist ein Schimmer von, weil das ist, was ich glaube, das, was ich glaube und insofern ist es jetzt, ehrlich gesagt, wenn man mir sagt, okay, das ist ein Schimmer, das ist ganz toll, aber boah, da kommt man raus so unendlich kaputt, könnte ich, würde ich auch vielleicht da nicht hingehen, aber wenn, wenn man weiß, man, ich will berührt werden, aber dann denke ich auch so irgendwas so wie Broken Circle, was ich ein Thema noch schlimmer finde, ein Kind, das von Krebs stirbt und für die Eltern und die, oder es endet ganz schlimm und es hat mich so bewegt und ich würde natürlich schauen, wenn man mir sagt, natürlich hat es dann auch noch dieses Groose Blues und die Musik, die uns da auch wahnsinnig hilft. Naja, dennoch hat es einfach halt krass wehgetan, aber Vergiss es heute sowas, ja, und dann, und dann denke ich mir, okay, ich bin Filmmacherin, ich erzähle Geschichten, ich kann nichts anders, ich will nichts anders sowieso machen, das heißt, ich kann jetzt kein Kino mehr machen, weil eigentlich die character-driven Geschichten, die mich interessieren, auch die schwarze Komödien, die mich interessieren, die character-driven, die, die, die psychologische, psychologische Tiefen, in denen man gehen konnte, in Kino, die vielleicht manchmal wehtun, manchmal, das findet statt in der Serie und da wird man hoopt und da sind auch ganz, ganz tolle Serien. Für mich ist trotzdem Kino die größte Kunstform und das liebe ich so sehr und mit fremden Menschen in einem dunklen Raum zu sein und zusammen dieses kollektive Schauen ist irgendwas wahnsinnig stark und sowieso auch als Filmmacherin einfach das zu kreieren mit meinen ganzen Partners, mit meiner Kamera-Musik, Kostüme, Set-Design, alle, die mitmachen und dann so dieses Stück Kunst zu kreieren und dass Leute dahin gehen, zu hören, zu sehen, zu fühlen, das ist natürlich irgendwas ganz Tolles, aber es scheint zu sein und das habe ich jetzt kapiert, dass diese existenzielle Themen, die mich interessieren, jetzt gerade nicht gefragt sind im Kino. Das ist aber eine ganz schön schmerzhafte Erkenntnis, oder? Darum meinte ich auch am Anfang auch Traurigkeit, ne? Ja. Es ist es und ich wollte mit der Jugend, wollte ich das auch nie, also ich weiß noch 2007, als wir mit, wir haben 2006 geschrieben mit meinen Co-Autoren Das Fremde in mir, ne? Und es kam raus 2007, wir waren auch ein Kern damit, aber auch wo, als wir wussten, er kommt jetzt ein Kino raus, wo alle sagten, na, also ein Film über Postparteidepressung, über eine Frau, die Kind nicht, keine Bindung hat, für ein Kind, da wird auch niemand ins Kino gehen. Ich war so nahig, ich sagte, natürlich, also schon halb der Menschheit sind Frauen, viele davon sind Mütter, natürlich werden alle ins Kino gehen, gar nicht, wir haben viele Preise bekommen, aber niemand ist ins Kino. Echt ist er im Kino auch nicht? Nein, ganz schlecht. Weißt du, weil niemand, ja denkt, oh nee, meine Mutter, die nicht eine Bindung hat, auch wenn man weiß, dass sie danach die Bindung kriegt, und das aber, und trotzdem, man muss es mal weitermachen und ich habe weitergemacht und so, ja, aber jetzt ist es noch so viel krasser, gestern musste ich noch denken an, wir haben mit meinem Bruder, hatten wir über Magnolia von Paul Thomas Anderson gesprochen und dann sagte mein Mann, ah ja, ich weiß noch, es war das gleiche Jahr, als American Beauty rauskam und da, und immer für Weihnachten war es immer für uns, wir kamen immer aus Europa nach Amerika, nach L.A., um mein Vater zu sehen, immer für Weihnachten und dann haben wir uns immer ganz viele Filme geguckt, weil die kamen dann später nach Europa und, und da waren immer wahnsinnig viele Filme zu sehen, jetzt ist da gar nichts, ich, ich, ich will Tar, ich will Tar sehen, ja, von Todd Fios mit Cate Blanche, das würde ich mir anschauen, ja, es gibt nix, also ein Öde für irgendwie, irgendwie ein anderes Kino, ich finde, ich habe nix gegen Marvel und sowas, ich finde es doch, warum nicht, das ist great, aber ich, ja, ich finde, Diversität ist so wichtig. Ja, und also, und schon diese Magie, die du vorhin beschrieben hast, ich weiß noch, als ich Magnolia im Berlinale-Palast damals gesehen habe, da waren Standing Ovations, dieses Ganze, dieser riesige Saal, alle standen und haben im Kino geklatscht, so, so kollektiv, das ist natürlich was vollkommen anderes, als eine Serie daheim auf dem Sofa zu gucken, also auch dieser Verlust, dieses gemeinschaftlichen Erlebens und vielleicht eben auch gemeinsam zu weinen in so einem Film, oder einfach zu fühlen, gemeinsam zu fühlen, dass das, ja, das ist eigentlich unersetzlich, deswegen ist es tragisch, also wenn das Kino, diese Art von Kino nicht mehr, nicht mehr weiterleben kann. es ist tragisch und ich weiß es nicht, weil ich halt ein Optimisten bin, denke ich mir, es ist eine Phase, denke ich mir, weil ich denke, wir werden doch nicht nochmal 10, 20 Jahre nur Typen, erwachsene Typen und manchmal, thank God, eine Frau eben so Kinderkostüme sehen, die durch die Welt fliegen, was soll das denn, ja, wie gesagt, es ist Teenager Film und kann man auch hingehen, manchmal mit seinem Teenager und laut immer und alles und überhaupt keine verschiedenen Ebenen, aber so ist es und man muss es halt annehmen, das machen wir seine Geschichten anders erzählen, ja, aber wie gesagt, bin ich gerade dabei, einen anderen Kino-Film zu machen, fertig zu machen, der auch keine Komödie ist und er ist auch kein Superhero-Film, aber dieser Film ist kein Themenfilm, insofern habe ich Hoffnung, dass er vielleicht mehr Leute erreicht, weil... Was ist es für ein Film? Es ist meine erste Roman-Adaptation, ein deutscher Film, diesmal, und der heißt Irgendwann werden wir uns alles erzählen, es ist von den gleichnamigen Romanen von Daniela Krien, ganz tolle Autorin aus Leipzig und wir haben... Ich konnte sie gewinnen, mit mir das Buch, das Drehbuch zu schreiben, ihren Roman zu adaptieren. Es ist eine Amour-Fou-Liebesgeschichte zwischen einem 19-Jährigen und einem 40-Jährigen während dem ersten Sommer, nachdem die Mauer gefallen ist, in Thüringen, auf dem Land halt, was man so selten sieht, was passiert ist in den ersten Sommer, man sieht auch die Städten, aber was ist wirklich auf dem Land passiert. Das ist die Backstory, aber die DNA der Geschichte ist diese Begegnung zwischen diesen beiden Menschen, die sehr, sehr erstmal physisch ist. Es sind zwei verlorene Menschen ein bisschen, die zusammenkommen und es ist natürlich absolut verboten. Eine verbotene, sehr archaische, würde ich sagen, Liebe. Da scheinen ja Leute daran zu glauben, wenn der jetzt noch produziert wird oder jetzt produziert wird, dass da Leute ins Kino gehen. Ja, das glaube ich, dass die, erstmal ist es so, dass ich auch, wir arbeiten schon seit, ich glaube, ich habe ihr angeschrieben, 2014 meine ich, wir arbeiten seit, ich glaube, 2016 dran oder 17, genau. das heißt, es sind immer sehr lange Prozesse. Das Schreiben, ich habe da eine, Carsten Stötter, der gleiche Produzent von Drei Tage in Kibron, habe ich angesprochen danach und gesagt, nach dieser, nach unserer, unserer Erfahrung zusammen bei, bei Drei Tage in Kibron habe ich gesagt, das würde ich gerne als nächstes Projekt machen, das war 2018 und dann haben wir genau angefangen zu schreiben, es dauerte alles, sie wurde dann 2018 hat sie, das war ihr erster Roman, der kam 2012 raus und, 2011 raus und ich habe ihn 2012 gelesen und sie hat 2018 ein Bestseller geschrieben, Liebe in Ernstfall, ganz, ganz, ganz und hat extrem viel Erfolg damit gehabt, ich weiß nicht, wie viele Wochen sie beim Spiegel in Bestseller ist, die war fünf, ganz toller Porträt über fünf Frauen, sehr modern und das hat dann das auch, ne, sowieso erleichtert und wir kannten uns aber, wir hatten schon, weil sie glaubte nicht, dass sie irgendwie Drehbuch schreiben konnte und aber ihr, dieser Roman irgendwann, wenn wir uns alles erzählen, ist wie ein Drehbuch, das ist einfach so cinematografisch, sowas habe ich noch nie gesehen oder gelesen, wo ich einen Roman lese und ich sehe den Film vor mir, auch die Dialoge sind so reduziert und so präzise, es war die einfachste Drehbucharbeit, die ich je hatte, weil es so einfach war, einfach das zu adaptieren, natürlich ist es ein großer Roman und es spielt alles im Kopf von dieser, im Roman ist sie 76, 76-Jährige, natürlich, das muss man dann, you know, irgendwas Filmisches, aber es war sehr, sehr und wir hatten, wie gesagt, weil sie nicht glaubte, dass sie das machen können, haben wir schon gearbeitet, ich musste einmal so einen Kurzfilm schreiben für irgendwas, habe ich sie draufgenommen, da haben wir geguckt und haben sie ganz schnell gemerkt, dass sie das sehr wohl, sehr gut machen kann und es hat sehr, sehr viel Freude gemacht, auf jeden Fall, dieses Buch zu schreiben und jetzt ist der Film fast fertig und die Geburt ist dann im Februar auf der Berlinale. Wirklich, oh, gratuliere, das ist ja toll. Danke. Wow. Super. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, weil das wird auch erstmal, als wir drei Tage in Kibru, einen Wettbewerb bei der Berlinale gezeigt haben, war das so wahnsinnig schön, unglaublich schön in diesem Marlene-Dietrich-Palatz und ich finde, als deutscher Film finde ich, das ist immer natürlich ganz toll dort, weil man wird vor dem Publikum und auch hier, also ich bin sehr gespannt, aber ich kann mir vorstellen, ich weiß, dass das deutsche Publikum auf jeden Fall den Film vielleicht mehrfach in seine, in manche, nicht die Liebesgeschichte, die ist absolut universell, keine Sprache, aber die Backstory von diesen Familien, von diesen Menschen auf dem Land dort, natürlich ist da eine größere Resonanz, wird da sein in Deutschland als irgendwo anders. Wann hat das bei dir angefangen, diese, weil ich finde, das ist so spürbar, deine Liebe zum Kino und zum filmischen Erzählen, also wirklich zum Erzählen in bewegten Bildern, wann hat das bei dir angefangen? Also diese Geschichten Erzählen, das hatte ich schon sehr, sehr früh, auch schon Kind, alleine in meinem Zimmer, immer, und auch, ich bin ja sehr viel, wir sind ja sehr viel rumgekommen, ich war sieben Jahre in Berlin, dann sieben Jahre, bis 14 in L.A., dann mit 14 in Ostfrankreich, klein, sehr kleine Stadt, und dann war ich in Frankreich bis 25 und dann war ich in London und dann bin ich zurück für die FFB, für die Filmhochschule nach Berlin gekommen, vor 20 Jahren und auch insofern, immer diese verschiedenen Sprachen, verschiedenen Schulen, da war nie eine Sprache, die ich, oder da ist keine Sprache, die ich total meister. Und jede Sprache, ich spreche viele Sprachen, habe ich auch einen Akzent, die, die ich am meisten meistere, jetzt vielleicht Englisch und Französisch, Französisch, Muttersprache, wie meine Mutter und so, und da war ich, und Englisch, ja, in Englisch schreibe ich immer meine Drehbücher, weil Englisch einfach das einfachste Medium ist für Filme, finde ich, im Neststrip, weil es sehr einfach ist, man braucht nicht viele Wörter, um wirklich zum Punkt zu kommen. Das ist nicht Literatur, ein Drehbuch, aber für mich auf jeden Fall ist es einfach am klarsten zum Punkt zu kommen, von was ich erzählen will, dass jeder es auch versteht. Auch, ich weiß noch, auch zum Beispiel in Frankreich, ich kam dann mit 13, ich war so 14, 15 in so Schule, natürlich hatte ich noch nie, ich hatte immer Französisch gesprochen, aber nie das Lesen und das Schreiben gelernt. Und ich machte so wahnsinnig viele Rechtschreibfehler, aber trotzdem, und das heißt, ich hatte furchtbare Noten wegen dem Rechtschreibfehler und meine Französischlehrerin und ich sagte, das ist so wahnsinnig schade, meine Geschichten las sie dann vor der Klasse, aber ich habe trotzdem dann eine 5 bekommen, weil es voller Fehler war, aber die Geschichten halt spannend waren. Und sie meinte, es ist einfach doof, ich bin gezwungen, dir so viel zu geben, diese schlechten Noten zu geben, aber eigentlich würde ich dir gerne eine ganz andere Note geben. und insofern, das war immer mein Ding, Geschichten erzählen, aber ich dachte, ich wollte Schauspielerin werden und das habe ich auch studiert in Frankreich und in England dann gearbeitet im Theater, aber ganz schnell merkte ich, ah, das ist nicht einfach, das ist nicht genug, da erzählt man auch Geschichten, aber ich wollte einfach aktiver sein da drin. Ich fand, ich war, ja, es war nicht aktiv genug als Beruf für mich, dass ich selbst entscheiden konnte, welche Geschichten ich machen durfte. Ich glaube auch nicht, dass ich genug Talent hatte und vielleicht ein sehr, sehr talentiertes Schauspieler haben vielleicht mehr Möglichkeit, auch mit zu erzählen. Ja, aber diese, also diese, diese Selbstbestimmtheit, glaube ich, die, die du ja auch willst, so, die ist dann natürlich beschränkter, ne? Absolut. Weil ich, weil ich erinnere mich so, ich war ein Jahr vor dir an der DFFB, an der Filmschule. Ich glaube, du warst zwei Jahre. Du warst zwei Jahre. Ja, ja. Und Nicole Gerhardt, die mit mir Produktion studiert hat, eine gemeinsame Freundin, die erzählte von dir, dass du an die Schule kommen willst. Und interessanterweise habe ich diesen Moment noch total im Kopf, als sie nur von dir erzählte und das fühlte sich schon so an, du fühlst dich schon so präsent an. Und so habe ich dich dann auch erlebt. Also vielleicht ist das auch dieses Optimistische, was du sagst, dass du aber schon sehr eine Entscheidung, mit einer Entschiedenheit und mit einem sehr starken Willen dahin gekommen bist, diese Geschichten auch wirklich zu erzählen, also auch Filmemacherin zu werden. War das so? Es war so. Also ich finde, was sehr spannend ist eigentlich, ist, wenn man darum, ganz oft sage ich auch zu jungen Menschen, man fragt ihnen immer, was willst du werden, was willst du werden? Oder und wenn die 19 sind, 20, 21, wissen die noch nicht manchmal. Und wo ich sage, das dauert. Also ich brauchte, ich glaube, ich war 27, als ich das endlich gefunden habe. Davor dachte ich, ich will irgendwas anders werden. Das habe ich auch studiert. Und das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, muss ich sagen, dass ich in einer Schauspielschule war, dass ich auf der Bühne war, dass ich in einem Ensemble gespielt habe, den ganzen Sommer in England. Und es hat mir geholfen, zu sehen, wie verletzlich auch der Schauspieler ist. Und es hat mir geholfen, mit denen zu arbeiten. Und ich liebe auch Schauspieler. Ich liebe, dass es auch einer meiner Lieblingsarbeiten ist, mit Schauspielern zu arbeiten, an irgendwas, dass wir es knacken, dass wir es finden zusammen. Aber was wirklich, glaube ich, der Wille ist, ist auch, wenn die Sachen nicht so einfach kommen, gleich am Anfang. Ich wollte Schauspielern werden, hat nicht geklappt, habe angefangen, Filme zu machen in England, Kurzfilme, habe angefangen zu schreiben, auch mit einer Freude in ein Spiel. Es war schwierig. Es hat, und ja, also der Wille, der war schon immer da. Ich glaube, der ist auch Teil von mir. Aber es hat, der Anfang war nicht einfach. Und dann, als, oder in England, es ist einfach so wahnsinnig teuer alles. Und auch, wenn man studiert, und man merkt halt, ohne ein Studium, wenn du nicht sagst, du kommst von The National Film School oder The International London Film School, dann bist du, dann hast du ja überhaupt keine Chance, außer du hast Kontakte. Und das ist so, nichts ist frei dort. In Deutschland, auch in Frankreich, sind die National Filmschulen, Akademie oder Unis frei. Und darum bin ich auch zurückgegangen. Aber ich wollte auch wieder zurück nach Berlin, wo ich so eine tolle Kindheit hatte. Und als ich dahin, als ich es geschafft habe, als die Berlin-Nahle, die Idee für mich annahm, dann war ich schon 29, hatte zwei Jahre gelitten, dass ich überhaupt Kurzfilme machen kann. Dann war es für mich, bin da mit so einem Feuer gekommen. und es war so ein Geschenk, dass ich an einem Ort bin, wo ich einfach lernen konnte, wo ich wahnsinnig viele Filme sehen konnte, wo man mir Geld gab, um Kurzfilme und um Übungen zu machen, wo jemand, eine Frau bezahlt wurde, um unsere Filme in Festivals zu schicken. Alles, was ich gemacht habe in London und mit meinen kleinen, ich war so ouvreuse in einem Theater immer abends, wo ich entweder die Mäntel genommen habe oder Programme verkauft habe und diesen Gehalt auch dann selbst die VfS, VfS ist da damals durch die Welt zu schicken. Also für mich war das, da war dieser Drive da. Und darum habe ich es auch sehr schnell abgeschlossen, in die Schule, weil ich so driven war und ich hatte so eine unglaubliche Lust und auch, weil ich gemerkt habe, ich habe endlich meine Berufung gefunden. Das hatte ich schon in England gefühlt, aber wo ich merkte, wow, ich liebe es so. Es fühlt sich so an, weißt du, wie so ein gespannter Pfeil, der dann so losschießen kann, so richtig. Ja, und mit hoch und runter. Wie gesagt, ich hatte, da war nach drei Kinofilmen, nach Töte mich, also ich hatte so Molly's Ways, mein erster Kinofilm, der war wahnsinnig gut funktioniert in dem Festival. Der zweite, Das Fremde, in mir diese postpartale Depression weinen kann. Der dritte, Töte mich, ein Roadmovie durch Frankreich und Deutschland, das auch Nicole Gerz, unsere gemeinsame Freundin produziert hat, der hat überhaupt keinen Erfolg gehabt, überhaupt keinen. Und danach war einfach für vier, viereinhalb Jahren total Stillstand. Nichts klappte. Ich habe ein Kind bekommen, wir haben Dachrohling gekauft und wir müssen bauen. Wir waren total verschuldet von allen. Überhaupt jeder Bruder musste Geld geben, der Vater, die Barriere, alles. Und ich hatte einfach für vier Jahre und halb keine Arbeit. Und es war sehr, sehr hart. Das heißt, es ist hoch und runter. Und was hat dir da geholfen in der Zeit? Also auch den Glauben nicht zu verlieren oder weiterzumachen? Mein Optimismus, glaube ich. Weil ich nicht lange dann, und dann hatte ich wirklich Tage, wo ich so deprimiert war, warum klappt das nicht? Weil ich hatte die Energie. Es war nicht ich, die irgendwie blockiert war. Es war das Universum, das mich blockierte. Alles. Also, sie waren Sachen, du glaubst es. Und auch meine Agentin, eine sehr, sehr gute Agentin, sagte, ich kriege junge Typen, die von der Filmhochschule rauskommen, die nur Kurzfilme gemacht haben. Ich kriege mehr Arbeit für die, als du die drei Filme gemacht hast. Damals war es auch, es war 2012 sehr schwierig. Es war viel schwieriger für Regisseurinnen. Für Regisseurinnen. Dann bin ich in Pro Quote eingetretet, um zu sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es doch bewiesen. Weil in Cannab, wie ich weiß nicht, Unglaublich. Dings gemacht. Aber selbst Fernsehen, sie konnte es, davor wollte ich gar nicht Fernsehen machen, aber da war ich desperate. Ich hatte einfach kein Geld mehr. Ich hatte nur Schulden. Sie hat es nicht geschafft, weil Leute sagen, oh ja, gute Filme, aber sie macht keine Quote. Oder ich musste mir selbst anhören von einer, wir müssen uns anhören, von einer öffentlich-rechtlichen Redakteurin, von einem Produzent. Mein Freund hat gesagt, oh, jetzt wird ein neuer Polizeiruf gemacht. Die warten auf Stoffe. Und ich und meine Kuratorin, Esther Bernstorff, wir haben irgendwas geschrieben. Er hat gesagt, schreib doch was. Wir haben irgendwas entworfen, geschrieben. Und diese Dame hat einfach nur unseren Namen gesehen und gesagt, nö, ich arbeite nicht mit Frauen. Nein. Öffentlich-rechtliche. Ja, eine Frau. Und ich auch sehr, sehr, sehr berühmt. Aber ich hatte keine, ich will keine Namen sagen, weil ich will nicht so ein, wie sagt man, ein Witch Hunt. Also das würde ich nie machen. Aber so war es damals. Das würde sie sich niemals trauen heute. Sie wird gefeuert, wenn sie sowas sagen würde. Und ich meine, wie wahnsinnig primitiv das ist. Einfach das nicht mal lesen wollen. Nicht mal lesen wollen. Nur sehen, da ist eine Emily Arte von einer Esther Bernstorff. Okay, zwei Frauen. Nö. Und das auch noch als Koketterie, mit einem Lächeln zu sagen, als ob sie super cool wäre. Ja, nee, ich arbeite nicht mit Frauen. Frauen. Weil eigentlich, ich bin noch cool. Ja, das klingt eigentlich ja wirklich wie aus einem anderen Jahrhundert, aber das ist ja einfach noch nicht lange her. Das war 2000, war das 12? 13, ja. Mhm. Nicht mal 10 Jahre her. Das heißt, in der Zeit war einfach für dich dennoch so der Optimismus und auch vielleicht dieses Einsetzen dann bei Proquote und so, waren das so Antriebsfedern, die dich haben weitermachen lassen? Ah, ja. Und weißt du, dazwischen könntest du sagen, wow, weil alles, was du da kreiert hast, ist zu irgendwas geworden. Während dieser Zeit habe ich natürlich, weil 2010 hatte ich die Idee für Merlinier, für Pucot Jamais. Das habe ich dann da angefangen zu schreiben, habe einen Chorautor gefunden, angefangen zu schreiben. Ich habe die, man hat mir drei Tage von Quibro angeboten, ein französischer Produzent. Da habe ich dann die ganzen Recherchen da gemacht und da angefangen. Und ich habe auch in einem Morgen, einen Montagmorgen, Januar von Frust, ich glaube, es war 2014, habe ich mir die Adresse von Daniela Krien rausgefunden und habe ihr geschrieben. Ich habe gesagt, damals war der schon vergeben. Irgendwann werden wir uns erzählen, das war optioniert von einer anderen Firma. Das wusste ich, aber ich habe ihr geschrieben, ich liebe ihre Welt. Und hier sind die Trailer meiner Filme und wenn sie wollen, schicke ich ihm meine DVDs und vielleicht mögen sie auch meine Welt und vielleicht können wir irgendwas anders finden. Und sie hat mir dann eine Stunde später zurückgeschrieben. Ich hatte den Eindruck, mein Herz klopfte, als ob es ein Liebhaber war damals, der sofort zurückschreitete. Es war so wahnsinnig schön. Und dann, wo sie gesagt hat, nee, ich kenne die Filme nicht, sehr gern werde ich die sehen und ich schicke ihm meinen neuen Roman. Es sind mehrere Kurzgeschichten und ich komme in zehn Tagen nach Berlin. Wir können uns treffen. Und da fing das an, was wir jetzt in der Berlinale sehen werden. Das heißt, Sachen sind wirklich entstanden. Aber alles von mir raus, von meinem Frust raus, also Kibron war nicht von mir aus Kahn zu mir. Aber das ist ja der erste Film, den du selber geschrieben hast, Kibron. Ja, das war der erste. Und auch, weil ich dachte nicht, ich traute mir gar nicht, ich dachte nicht, dass ich das schaffe, weil ich immer zu zweit geschrieben habe. Aber ich fand halt niemanden, der das mit mir machen wollte. Das war ja eigentlich nichts. Aber es war einfach nur, man wusste nicht mal, dass es drei Tage war. Es war nur das letzte Interview von Romy Schneider in diesem Sanatorium in Kibron mit dem Stern. Das war es. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das gemacht habe allein, weil es hat mir bewiesen, dass ich es doch kannte. Aber gab es da, während du das geschrieben hast, hattest du da das Gefühl schon, dass das so ein Erfolg werden könnte? Nee, gar nicht. Gar nicht. Und es war auch sehr, sehr schwierig zu finanzieren. Ich meine, viele sagen, ich hätte gedacht, ja, vielleicht ist Romy Schneider, sie wird so beliebt, sie ist so beliebt in Frankreich und in Deutschland speziell. Das wäre doch nicht, aber es war sehr schwierig. Was? Ein schwarz-weiß Film? Wer will denn auch? War es so ein letztes Interview? Nee, dann soll es über die Sissi-Zeit oder über das oder das. Aber wer will denn ein Interview sehen? Und dann geht es ja auch nicht so gut. Also das war sehr, sehr schwierig. Niemand hat daran geglaubt. Und dann mussten wir, also das Tolle ist, ich hatte diese ganzen Fotos von Lindenberg, der hat mir alle Fotos gegeben, alle Kontaktschüsse. Wow. Fast 600 Fotos. Ganz große hatte, seine Witwe, sie ist dann erst dann währenddessen gestorben, hat alles gescannt. Das ist ganz groß und das hat mir geholfen, diese Geschichte zu, also wie ein Detektiv ein bisschen zu gucken, was ist passiert und so. Und auch der Journalist Michael Jürgs, obwohl er der Antagonist ist im Film, hat mir, bevor er wusste, dass er ein Antagonist ist, hat mir auch sehr, sehr viel erzählt. Und danach hat er sich geärgert oder? Naja, er hat, ich meine, natürlich, ich musste ihm das Drehbuch geben, natürlich musste er seinen Segen kriegen und er fand es erstmal, er sagte, ich bin doch ein Lucifer da, was ist das denn? Und dann musste ich ihm da beweisen, dass das Publikum liebt, Antagonisten. Und am Endeffekt ist er die Figur am Ende des Filmes, der sich am meisten entwickelt und am Ende gibt er ihr, er will ja das Interview wegschmeißen, sagt er ja auch. Und sie sagt, nein, das heißt, der hat eine ganz große Entwicklung gemacht und ich konnte ihn dann, und dann hat er den Film gesehen, ich habe es ihm natürlich alles gezeigt, ich habe ihn kam nach Hamburg, er ist leider auch verstorben, aber er hat, ich habe ihn dann den Film gezeigt und er wird von Kibo, äh, Lebek und er ist einfach aufgestanden, ist einfach aus dem Kino gegangen und ich dachte so, oh, scheiße. Und sie war sehr, sehr, sehr bewegt und sagte, okay, Charlie, äh, Hübner ist nun überhaupt nicht, wie Robert Lebek, also von, wie er aussah und so, aber er meinte, sie meinte, unglaublich, ja, sie fand es einfach toll, wie, sie hatte den Eindruck, in den Bildern ihres Mannes zu leben, ne, diese Filme und war sehr gerührt. und danach haben wir dann mit ihm gesprochen und, und was sehr geholfen hat, ist, dass er dann zu seiner Frau kam, das hat er auch mir danach erzählt und das finde ich auch so toll, den nächsten Tag, der ging am Abend zu seiner Frau, wollte nicht mit uns essen gehen oder sagte zu ihr, war ich wirklich so ein Arschloch und sie hat nichts gesagt und hat alles verstanden. Wow. Ja, Was ich, als ich so über deine Filme und, und die Themen so nachgedacht hat, ist mir eben dieses Thema, was du ganz, was wir ganz zum Anfang hatten, von der Selbstbestimmung immer wieder so begegnet, also so Entscheidungen zu treffen für das eigene Leben und dann gibt es aber so Motive wie die Natur in Norwegen oder so, die so eine große Führung auch mitbringen und das habe ich mich gefragt, wie siehst du das? Also hast du das Gefühl, du wirst auch geführt oder ist das dein Leben schon sehr viel von eigenen Entscheidungen und eben diesem Willen und dieser Selbstbestimmtheit geprägt? Also ich finde beides, aber ich versuche, das ist nicht einfach für mich, aber ich versuche wirklich daran zu arbeiten, loszulassen und auch nicht alles selbst bestimmen oder zu kontrollieren oder also versuchen, mehr in der Gegenwart zu sein und nicht auch so viel zu projektieren und das ist, was ich will und das ist, was sein soll. Natürlich, weil ich liebe halt zu arbeiten, da gehe ich wirklich sehr auf und es dauert so lange, Projekte in unserem Beruf zum Leben zu bringen. Darum mache ich immer sehr viele Sachen seit ein paar Jahren gleichzeitig. Jetzt ist es so, dass ich das Glück habe, dass ganz viele Sachen jetzt geklappt haben, weil, wie gesagt, jetzt denkt man, oh mein Gott, 21 hast du einen Kinofilm gemacht, 22 hast du einen Kinofilm gemacht, aber mehr denn je, ich habe da seit 2011, also zehn Jahre dran gearbeitet, nicht nur die ganze Zeit, aber es sind sehr, sehr lange Projekte. Aber ich versuche wirklich auch ein bisschen, und es ist schwierig für mich, es loslassen, es ist hart zu arbeiten, mit Freude zu arbeiten, aber wenn es nicht klappt, wie ich es will, das auch zu akzeptieren und auch versuchen, auch diese Traurigkeit, die ich hatte, dass die Leute nicht ins Kino kamen, weil ich mache natürlich die Filme, weil die gesehen sein sollen. Ich mache sie nicht nur für mich und meine Engen, die immer ins Kino gehen natürlich. Ich mache es auch für mich, weil ich brauche das zu machen und wie gesagt, auch um selbst, also für bei, bei Mardinier habe ich so wahnsinnig viel gelernt und ich weiß, wie gesagt, diese zehn Jahre, in der Mitte, diese zehn Jahre ist meine Mutter gestorben und ich weiß das jetzt, wenn ich krank wäre oder mein Partner krank wäre oder mein Vater krank wäre oder mein Bruder oder selbst mein Kind, und ich weiß, ich würde jetzt anders damit umgehen, als ich es gemacht hätte davor und das hat mit der Film und die vielen Leute, mit wem ich geredet habe, mit die vielen Auseinandersetzungen, die ich hatte mit meinen Schauspielern, mit meinem Team, über das mit dem Publikum, dass mich das sehr geändert hat. Das macht mich natürlich sehr glücklich, aber es ist ja eine ständige Arbeit, finde ich, an sich. Das heißt, ja, eine Antwort zu deiner Frage, ich würde beides wollen. Weiterhin so, trotzdem dieser, ich würde nicht sagen Kampf, aber es ist doch immer ein Kampf, Leute zu überzeugen, ein Geld zu geben für seine Ideen oder jetzt für die Serie ist es jetzt nicht mein Job, ich bin jetzt nicht die Showrunnerin, ich bin die Hauptregisseurin, aber es ist trotzdem immer ein Kampf für seine Ideen, weil man hat das Gefühl, ich glaube, da wird es richtig gut sein und diese Schauspieler werden richtig gut sein. Es ist immer ein Kampf der Überzeugung, ein Kampf gegen eigene Ängste auch, weil jetzt zum Beispiel die Serie sagen, was sehr groß ist, das hatte ich auch noch nie gemacht, einfach wieder ganz ruhig bleiben und sagen, mach das Gleiche, das ich seit 15 Jahren mache und genau, loszulassen und zu vertrauen und in der Gegenwart zu sein. Ja, das ist, was ich gerade versuche, an mich zu arbeiten und auch nicht zu, not to compare, wie sagt man, nicht zu vergleichen, das ist auch irgendwas, zu sagen, wow, warum funktioniert dieser Film und nicht dieser oder nicht meiner oder so und immer mehr zeigen, das ist so negativ, nicht einfach weiterzumachen, in der Gegenwart sein, hart zu arbeiten, zu suchen. Ja und wahrscheinlich mitzunehmen, mitzufließen, wenn die Arbeit eben gerade so fließt und dann vielleicht auch die Gegenseite, wenn gerade mal wieder in Ruhe Zeit ist, das dann auch genießen zu können und nicht in Panik zu geraten, oder? Ja, das ist Wahnsinn, das ist so eine harte Arbeit, weil wenn ich jetzt zurückgehe an diese Zeit, diese vier Jahre, viereinhalb Jahre Blockade, wo dann nichts kam, da denke ich mir, da war gerade meine Tochter so, so klein und ich denke mir, und jetzt bin ich so viel weg und sie ist es gewohnt, sie ist es gewohnt und es ist bei uns, mir und sie, es ist nicht Quantität, sondern Qualität. Das ist so mein Motto mit dir. Wenn ich da bin, dann bin ich da und wie gesagt, ich nehme sie, so viel ich kann im Ausland, andere, wenn ich irgendwo zu Festivals gehe, versuche ich sie mitzunehmen, dass sie das auch erlebt und so, aber der Fundament ist mein Mann, der ist Mutter, Vater, er ist der Fundament und ich bin die fliegende, inspirierende vielleicht Kraftin und er ist auch nicht einfach, als, ich glaube, es ist als Frau immer noch schwieriger, weil, wenn ich es mit meinen Kollegen so vergleiche oder wenn ich mit denen rede, ist es auch hart für die weg zu sein, von ihren Kindern, aber es ist trotzdem anders. Dieses schlechte Gewissen, das man hat. Hast du das viel? Immer. Ich habe immer dieses schlechte Gewissen und sie ist jetzt zwölf und sie ist sehr stark und ich rede viel mit ihr und sie, sehe ich, leidet weniger als ich und das ist auch toll, Gott sei Dank, sonst würde mich das zerbrechen. Ja. Aber ich kann nicht anders. Ich mache halt meine, meine, meine Arbeit ist halt nicht daheim. Meine, aber da sind auch Leute, die extrem viel arbeiten, aber die arbeiten halt daheim, in ihrem Ort, wo die jeden Abend zu Hause sind. aber wie wir es auch besprechen, da sind auch Leute oder Mütter und Vater, die daheim sind und die haben auch überhaupt keine Zeit und Kopf für ihre Kinder. Und ganz bewusst haben wir immer darüber geredet und ganz bewusst weiß ich, ich kann ihr nicht die Quantität geben. Ich kann ihr aber die Qualität geben. Versuchen, also ich schaffe es auch nicht immer. Auch wenn ich daheim bin, muss ich ja auch trotzdem andere Sachen machen oder so. und manchmal, sie ist jetzt Teenager, hat sie auch überhaupt keinen Bock, die Qualität mit mir zu verbringen. Sie will es dann lieber mit ihrer Freundin verbringen, muss ich auch akzeptieren, ja. Aber es ist das Gespräch, das immer so wichtig ist, finde ich, ja. Oder ich weiß noch, und diese vier, also in Zeit 2021 war ich vier Monate weg mit den Kinofilmen und wegen Corona war es sehr schwierig, immer nach Hause zu gehen. Und dann war ich vier Monate in London für Killing Eve. Diese Serie, das waren acht Monate nicht da. Und so viel wir konnten, wir haben uns jede drei Wochen gesehen, aber wir haben es versucht. Aber dann haben wir angefangen, jeden Sonntag ein Ritual dank Skype, wo wir vier Stunden zusammen, wir haben gekocht abends und dann haben wir zusammen gegessen. Bist du fertig? Ich bin noch nicht fertig. Warte. Und das ist so crazy, weil am Anfang ist es komisch und danach vergisst man und darum sind die Gespräche dann spannend, weil man vergisst, dass man, man ist wirklich zusammen, weil man macht, man kocht zusammen oder sagt man, okay, man ist bereit, man isst zusammen und man redet dann über Sachen, die gar nicht so wichtig sind. Wenn man so ein Gespräch hat mit der Tochter oder dem Mann so zehn Minuten, dann will man immer gleich das wissen. Aber wenn man so vier Stunden hat und dann haben wir gleichzeitig eine Serie geguckt on Skype, so gleichzeitig eins, zwei, drei, jetzt drücken und dann kann man dann seine Stimme hören und sagen, oh, was macht denn der jetzt? Oh, nee, nee, das ist ja ganz... Und wirklich alles und das war so ganz super wichtig für uns alle. Und man vergisst, wenn man da sitzt an seinem Tisch und ich bin alleine und die beiden sind zusammen, man vergisst es wirklich, dass man nicht zusammen ist. Das ist wirklich toll, muss ich sagen. Ja, und wie du sagst, also ich habe eben darüber nachgedacht, ob ich diese Frage stelle und habe mich schon gefragt, vielleicht hätte ich das auch einen Mann gefragt, aber natürlich sehr viel weniger schnell. Und da würde man dann eher sagen, wow, der macht so einen spannenden Job und dann nimmt er sein Kind noch mit auf Kinotour und die darf so viel erleben und so. Und bei einer Mutter ist man dann schon immer erstmal, wo ich auch dachte so, oh, so viel weg, so wie geht es mir denn da mit? und so. Ja, also deswegen kann ich das total nachvollziehen und dass das eben gar nicht leicht ist und dass man nicht sagt, so, ach, ich bin weg und nach mir die Sinnflut, sondern das sind ja zum einen dieses Äußerliche, so dieses Gefühl, so, wow, und was, wie sehen das andere und aber natürlich das eigene in allererster Linie so vermissen und so. Ich muss sagen, ich habe auch am Anfang auch sehr, also beides, natürlich immer das schlechte Gewissen ich selbst, natürlich, das war immer das Stärkste, aber das, am Anfang war es auch natürlich das Äußerliche, wo ich kam zu Kita abholen oder so Sachen, und da ist so, oh, Lu hat auch eine Mutter oder weißt du, wo man von anderen immer so kleine Dings kriegt oder so, aber das ist nicht mehr so, wo ich weiß, was ich versuche zu machen und was wir versuchen zu machen und speziell, ich weiß, wie gut es ihr geht und wie toll mein Mann das auch macht, muss ich ganz ehrlich sagen und deshalb, wenn andere Leute, und jetzt ist sie zwölf und sie ist ein sehr bodenständiger Mensch, jetzt, wenn da jemand sagen, mir da so Picks geben würde oder so eine kleine innerliche Ohrfeige, dann weiß ich da, was ich da antworten kann oder ich weiß, was da ist, das innere schlechte Gewissen, das ist halt immer noch da und wo ich auch denke, ich würde so wahnsinnig gerne das Loslassen kriegen, dass man mir da irgendwie ein, ja, selbst ein Draht, weil ich habe so eine beste Freundin oder zwei und die sagen, Emily, lass es, ich habe kein schlechtes Gewissen, sie ist toll, sie kriegt es und so, eine ist ihre Partner, Tante auch und so und ich weiß, dass diese Schwester Gewissen gar nicht hält, es ist nur negativ, es bringt nichts, es bringt mir sie nicht näher, ich würde nicht länger dort sein, es ist nur eine, wie sagt man, Self-Destruction eigentlich und trotzdem, es hört, es ist jetzt nicht so Self-Destruction, dass ich sage, ich mache jetzt nur Filme in Berlin, geht nicht und speziell nicht, wie ich Filme mache, umso mehr ich im Ausland Filme machen kann, umso mehr ich verschiedene Sprachen haben kann, umso glücklicher bin ich, ja, das war so toll mit mehr denn je, weil ich sie endlich in meiner Muttersprache zu inszenieren, auch in Englisch, auch, ich will ja auch andere Erfahrungen haben, in anderen Ländern, insofern, aber das ist es, aber ich finde auch als Journalist, wie du es machst, deine Podcasts, finde ich, es würde schon helfen, auch wenn du jeden männlichen Gegenüber, den du hast, ihn zu fragen, wie ist denn das, dass auch vielleicht, vielleicht Männer auch, die kriegen auch nie diese Fragen, vielleicht hätten sie gern diese Frage, vielleicht würden sie gern auch einmal das gefragt werden und sagen, es ist schlimm, dass man immer denkt, nur die Mama kann und jetzt die Kinder wollen nur zur Mama und ich komme da als Ausländer in der Familienkonstellation und darf nichts sagen, whatever, die haben ihre Sachen, aber man fragt die nie und eines Tages, vielleicht in 200 Jahren, sind Frauen und Männer in irgendwie eine soziale und politische und finanzielle und emotionale, wie sagt man, Gleichheit, Equality und dann werden diese Fragen immer zu beiden gestellt, weil es ist halt, wird immer ein Dilemma sein, wie, ne, für die. Ja, und du bist ja bei Pro Quote und du hast, du gibst Masterclasses über The Female Gays und um zu sagen, wir brauchen auch diesen weiblichen Blick mehr, ist es ja wichtig, dass Frauen auch Filme machen und auch internationale Filme machen und dass dieser Blick auch in die Welt getragen wird und dass es dann trotzdem möglich sein kann, zu sagen, hey, I want it all, ich möchte Mutter sein und ich bin liebevolle Mutter, ich bin emotional verbundene Mutter und trotzdem möchte ich in die Welt gehen, möchte ich meine Filme erzählen, so, dass das vollkommen in Ordnung ist, ja, ich hoffe auch sehr, dass sich das verändert, weil ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass es immer mehr Filme von Frauen gibt und den weiblichen Blick. Ja, 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 absolut, absolut und immer mehr von allem in der Gesellschaft von Frauen einfach nur um nichts gegen, was, was Männer machen, aber wir sind einfach zwei Geschlechter auf diese Kugel, auf diese Erde mit zwei und deshalb müssen zwei Geschlechter da Teil, wie diese Welt sich entwickelt, Teil sein davon, wie gesagt, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kunst, im Sport, in allem, weil, also, wenn man das wirklich von oben sieht, ist das nur, wie es sein sollte. Es ist nicht so, als ob wir eine Minorität wären, wir sind, quasi, 50-50 auf der Erde. Insofern, Feminismus ist das ja nur, wenn man es auf Wikipedia oder ein Wörterbuch, Feminismus ist nur eine Gleichberechtigung von beiden Geschlechtern, nichts mehr, nichts weniger, nicht, dass Frauen eine größere haben. Ja, genau, dass es nicht darum geht, dass es nicht darum geht, jemand anderem, jemanden was wegzunehmen oder jemanden herabzusetzen, sondern eben eine Gleichberechtigung. und das wird es auch werden, ich bin sicher, ich bin Optimist, es wird es auch werden, aber es braucht halt noch, leider, ich meine, ich finde, in unserer westlichen Gesellschaft haben wir überhaupt, also, keine, ich kann es nicht verstehen, dass es noch so lange dauert. wir haben, wie sagt man, no, wir haben keine Excuses, no excuses, dass heute, im 23, für den gleichen Job, wir in westlichen Europa, westliche Länder, immer noch für den gleichen Job nicht den gleichen Gehalt gibt. Das ist einfach nicht mehr möglich. Nee, das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß, ne? Es ist nicht und dafür müssen wir kämpfen, dafür müssen Männer kämpfen, dafür müssen Frauen kämpfen, bei Väter von Töchtern, aber auch wieder einfach Leute, die ja an die Gleichberechtigung glauben. Ja, alle gemeinsam, ne? Also, ich wollte auch noch einmal über Iran sprechen, du bist der Halbiranerin, weil das ja auch einfach ein sehr, sehr prägendes Thema dieses Jahr war, was mich emotional extrem berührt und mir Hoffnung gegeben hat, mich traurig gemacht hat, wütend, alles mögliche, aber eben auch diese Hoffnung war, weil genau das ja passiert ist, dass Frauen aufgestanden sind und Männer sich hinter die Frauen gestellt haben, um die zu unterstützen und gemeinsam auf die Straße gegangen sind, genau für dieses Thema. Ja, absolut. Wie geht es dir damit? Ach, das bewegt mich enorm, 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 enorm und ich habe Hoffnung und ich habe auch Angst, weil wir haben ja natürlich auch die ganzen Versuche, irgendwie als freier Mensch zu leben, dieser von den Menschen in Iran. Ich meine, jeder Versuch, irgendwie das zu äußern, wurde brutals, brutals zerstört. Jede kleine Revolution war einfach zwei Wochen, drei Wochen und 300.000 Leuten wurden ermordet. Brutals. dass diese Revolution, Revolution für Freiheit, Revolution, um diese, dieses Gender Apartheid zu brechen, aber nicht nur, es geht nicht nur um den Hijab, es geht nicht nur, dass Frauen und Mädchen, speziell Mädchen, sind die größten Revolutionären, von diesem Kampf gerade. Für Freiheit sind es 12-jährige, 14-jährige Mädchen, die sagen, ich will leben, ich will meine Haare zeigen, ich will meinen Sport führen, ich will mit meinem Cousin in der Straße mit ihm spazieren gehen, ich will, wenn ich heirate, will ich auch mich trennen können, ich will Konto haben, ich will, also einfach basic, basic rights und irgendwas ist einfach passiert, weil diese Jugend, die jetzt da draußen war, die 22-Jährige, die 18-Jährige, die sind geboren in diese furchtbare Diktatur, in dieses Land, wo die nichts zu sagen haben und überhaupt keine Hoffnung haben, jemals irgendwie selbstgerecht leben zu können. Und die wollen das nicht mehr. Und denen ist fast, fast ist der, die Konsequenten von brutalster Folter und Frauen werden tief, brutalst vergewaltigt in diese, in diesen Gefängnissen von Kämpfern der Revolution. also es ist der Wahnsinn. Also die Kämpfer von, sagen wir mal, Gott, sagen sie, und die vergewaltigen Jugendlichen, wie geht das? Das ist unglaublich. Wie geht das? Und für 16-Jährige werden, weil sie tanzen ohne Chador oder sich äußern oder friedlich demonstrieren, werden erschossen, werden 23-Jährige, werden erhängt. also diese, also diese, also diese Macht, diese, die, einfach die, es ist einfach so brutal, wie sie ihre Kinder ermordern. Das kann man ganz einfach sagen, weil diese Kinder einfach nur frei reden wollen, frei demonstrieren wollen, weil sie ihre Haare zeigen wollen. Es ist unglaublich. Ja, es ist wirklich unglaublich, dass das möglich ist. Es wird aber nicht, es wird, also die Welt endlich, also wir waren ganz schön im September auf die, da, Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor und es hat nicht aufgehört und die Welt, die ganze Welt sieht zu und schreit mit und gibt ihren Support, ja, zu die unglaublichen, wie sagt man, the bravery, wie wahnsinnig mutig die sind, weiterzumachen, die haben gar kein Internet und die machen weiter, die machen weiter, die Iraner machen weiter, die Jugend macht weiter, die Frauen machen weiter und die Männer an ihrer Seite machen weiter und auch jetzt, da gibt es jetzt nicht mal eine Opposition, es ist erstmal nicht mal ein politischer Aufstand, wir wollen die machen und hoffentlich wird irgendwas passieren. Ich meine, in Syrien war es ja auch die Jugend und die Studenten, es war absolut am Anfang friedenvoll und da hat man gesehen, was passiert ist. Aber was hast du für ein Gefühl oder was ist so dein, ja, wie? Ich habe ein Gefühl, dass die diese Flamme nicht erlöschen können. Ich habe, die denken, die können durch diese Brutalität und das Erhängen von Jugendlichen, die einfach nur protestiert haben, von Schauspielerinnen, von Rappers, von Journalisten, von Lehrern, die glauben, die können Angst machen, aber es klappt nicht. Die können diese Flamme jetzt... Du hast das Gefühl, dass die Flamme jetzt nicht mehr auszunehmen ist? Ich habe das Gefühl, aber dann habe ich Momente von Angst, wo mir Leute sagen, ach, weißt du, da, 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 aber ich habe das Gefühl, die können das nicht. Die können doch nicht die ganze Zeit ihre ganze Jugend ermordern. Das geht nicht. 70 Prozent aller Iraner sind unter 30. Die können die doch nicht alle umringen. Es wechselt halt immer so, dass ich denke, ja, das ist es so, das ist ja eigentlich das, was weltweit ja auch geschehen müsste, dieses Aufstehen und sich hinzustellen gemeinsam und gegen diese Aggression und gegen diese Brutalität und gegen diese Gewalt und gegen diese patriarchale Gewalt aufzustehen. furchtbare Patriarchale und so unmenschliche unhumane. Ja, es ist gegen die Menschheit, was sie da und benutzen Gott dafür, benutzen Gott dafür, um Gotts Kinder brutal zu ermordern und zu vergewaltigen. Minderjährige. Also es ist, there needs to be justice. Was danach passieren wird, wer organisiert sich, was kann passieren, wie kann es nicht politisch manipuliert werden, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da kommt. Man hat ja gesehen mit dem arabischen Frühling, wo man so viel Hoffnung hat und wo ist das denn hingegangen. Ja, ja, ja. Deswegen, genau, es wechselt sich so ab, Hoffnung und Sorge, aber erst mal ist es trotzdem ein hoffnungsgebendes Moment. Erst mal muss es fallen. Erst mal muss dieser Regime fallen. Oder sich dermaßig ändern, aber wie, die wollen doch in der Macht bleiben. Ja. Weißt du, es bewegt mich sehr, sehr und ich hoffe und ich bete und wenn es neues Jahr, wenn auf einmal das neues Jahr da ist, würde ich in den Himmel schauen und einfach hoffen, 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 dass diese Kämpfer für der Freiheit und der Gleichberechtigung in Iran für alle Iraner, dass die gewinnen werden. Ich hoffe es wirklich sehr. Ja. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Ja. Nee, drei letzte Fragen, genau. Eine Frage wäre, was würdest du jungen Filmemacher innen mitgeben? So als Wichtigstes. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass es manchmal länger dauert, bis man das findet. Aber gibt es sowas, wo du sagst, das würdest du wirklich ihnen gerne mit auf den Weg geben? Ich würde sagen, immer neugierig bleiben. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also für mich ist es, wo ich meine Geschichten neugierig bleibe, bleiben mit den Menschen. Also ich liebe auch mit älteren Menschen, Freunde von meinen Eltern, mit denen zu reden, mit Jugend zu reden, mit einfach neugierig bleiben, was passiert. Nämlich da kommen die Geschichten her und natürlich, manche Leute machen ihre Gesichter durch ihren, wenn es so, Superhero-Geschichten, durch Comics, ja. Aber das würde ich sagen, immer neugierig bleiben. Sein ganzes Alter, bis man 90 ist, man sieht jemand so wie Agnes Wachda, sie ist bis zum Ende so neugierig geblieben und hat sich so interessiert, was dir mit 91, mit 90, mit 89, hat noch Filme gemacht, mit GR, mit einem ungeleiblichen jungen Fotograf, Künstler. Und das finde ich einfach sehr inspirierend. Super. Dann habe ich zwei Fragen, die stelle ich immer am Ende. Das eine ist, im großen Gesetz des Friedens, der Lakota, heißt es, dass wir so leben sollten, dass es für die sieben Generationen nach uns nachhaltig ist. Und wenn du die sieben Generationen nach dir anschaust, aber auch die sieben Generationen, die vor dir waren, wo siehst du dich da in dieser Linie, in dieser Reihenfolge? Wo sehe ich mich in die Generationen? Zwischen diesen Generationen, also wenn du so nach hinten schaust und nach vorne schaust, was siehst du so deine Rolle in diesem Gespräch? Also ich sehe wirklich meine Rolle in, okay, es ist in den Geschichten, die ich erzähle, auch wenn die anders sind. zum Beispiel Killing Yee war ja total eine schwarze Komödie, Serie war jetzt überhaupt nicht existenzielles oder so psychologisches. Aber in jeder Geschichte kann man sagen, was ich möchte, ich sehe, dass ich eine, mit meinem Beruf die Chance habe, Geschichten und Messagen weiterzugeben. Und ich, für mich ist es wirklich eine wahre, die Emanzipation des Menschen ist mir sehr, sehr wichtig. Emanzipation von gesellschaftlichen Regeln und ob es jetzt ist, wie man eine Mutter sieht, auch in das Fremde in mir oder was wir mitgesprochen haben über Frauen, die arbeiten, wie man einen Kranken sieht, weil mehr denn je, wie man jetzt in den neuen Filmen, es ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Junge und einem Eltern und natürlich kann man das sehr, sehr kritisch sehen heutzutage mit, was mit We Too passiert ist, dass man auch heutzutage anscheinend nicht alle Geschichten erzählen darf, aber wo ich das nicht einsehe, dass ich als Frau die sexuelle Begehrde eines junges Mädchen nicht erzählen darf. Also die Emanzipation sehr oft von von Regeln, die gegen die Gleichberechtigung sind von Menschen und von Genders. Ich finde, das ist meine Aufgabe hier auf jeden Fall in dieser Zeit, dass ich hier auf der Erde bin. Manchmal mache ich es gut, manchmal weniger gut und vielleicht wird es Leute berühren und vielleicht wird es Leute abstoßen. Habe ich auch. Aber ich kann nur so weitermachen. Ja, und ich meine auf die Generationen bezogen ist es ja schon so, dass du deiner Tochter das auch vorlebst, dass es geht, dass man als Frau wirklich auch seinen Träumen folgen kann und so, dass das alles möglich ist. total und wir reden auch viel darüber und als sie vier war, hat sie gesagt, ach ja, die Mamas gehen arbeiten, die Papas sind zu Hause und das war ihre Welt und ich meine, der Papa ist zu Hause und arbeitet vier, ja, muss aber sich nicht so oft bewegen, aber das fand ich toll, weil, ja, vielleicht in 200 Jahren ist das die Welt, es ist einfach, wir machen alles so gut wir können. Wenn alles möglich wäre, was würdest du dann tun, was würdest du dir wünschen? Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn alles möglich wäre, dass in diesen nächsten Monaten in Iran, dass die Freiheitsbewegung von allen den Menschen, die dort leben, gewinnen, dass es ein neuer Staat da ist, sind sehr, sehr stolze Leute, die Iraner, die werden nicht so einfach gleich die, die ganzen westlichen Mächten, die dann ihre Hand da drin haben wollen, die annehmen. Ich wünsche mir, und da ist mein Optimismus, der sehr, sehr durch das Ankommen von Trump und dem Brexit ist irgendwas bei mir passiert, wo ich das erste Mal meines Lebens angefangen habe zu denken, die Welt ist doch nicht immer an einem besseren entwickeln. Früher dachte ich, wir entwickeln uns als Menschen und wir werden immer, auch wenn es langsam ist, besser. Und 2016 mit Trump und mit dem Brexit war ich so erschüttert, dass ich dachte, es ist nicht so. Wir gehen wieder zurück in der Dunkelheit. Wir drehen uns und dann wird es wieder gut, wieder dunkel und es hat mich schon sehr deprimiert, wo ich dachte, scheiße. und ich wünsche mir, dass wir, und wenn man sieht, was in der Welt passiert und es wird immer, genau, es wird immer schneller und es wird Facts und werden immer weniger berücksichtigt und Lügen werden so rausgebracht, nonstop auf Social Medias und es ist eine Normalität und ich wünsche mir einfach, dass wir es trotzdem schaffen als Menschen und zu dem Licht zu entwickeln und zu Truth oder Wissen. Genau das ist, was ich mir wünsche. Und für dich persönlich? Für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich die Projekte, die ich jetzt habe und die Nächsten, die kommen, dass ich Leute, weiterhin Leute treffe auf meinen Weg, die auf der gleichen Wellenlänge sind wie ich und mich noch weiter inspirieren. Das ist, was ich wünsche. Dankeschön. Das war Emily Arteff bei Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat das Gespräch mal wieder gezeigt, wie sehr ich selbst filmisches Erzählen liebe und wie wichtig es ist, das magische Erlebnis Kino nicht an Netflix und Co. zu verlieren. Es ist so einfach, sich mit Superheldengeschichten und Action-Events abzulenken und Themen, die kompliziert oder schmerzhaft sind, möglichst fernzuhalten. In den letzten Jahren war das vielleicht sogar manchmal notwendig. Aber Kunst kann und sollte den Anspruch haben, mehr zu sein als bloße Ablenkung oder Eskapismus. Vielleicht habt ihr nach diesem Gespräch wieder Lust bekommen, ins Kino zu gehen. Ich auf jeden Fall. In meinem Newsletter teile ich weitere Tipps und Inspirationen von Emily und freue mich, wenn ihr ihn abonniert. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über euer Teilen. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge von Wachstumsversuche. Alles Liebe, Sarah.